Magdehin, Latte und Tor, der passt ganz genau. Ein richtig satter Abschluss und dann geht der Ball auch noch an die Querlatte und von da aus ins Tor. Und das schauen wir uns natürlich gerne nochmal an, eine richtig schöne Aktion. Magdehin, Latte und Tor, der passt ganz genau. Ein richtig satter Abschluss und dann geht der Ball auch noch an die Querlatte und von da aus ins Tor. Und das schauen wir uns natürlich gerne nochmal an, eine richtig schöne Aktion.